Hallo Leute, this is Carlo the Podcast, natürlich mit Carlo. Und jetzt geht's auch schon los. Leute, was mache ich hier eigentlich? Wisst ihr, was ich mir gerade reingekloppt habe? Den räudigsten Mohnkuchen ever. Ich bin gestern bei einer Bäckerei vorbeigekommen. Da komme ich nicht so oft vorbei. Und wenn ich da vorbeikomme, dann vergesse ich reinzugehen. Oder die haben schon zu. Und das ist alles auch so ein bisschen wild da. Jedenfalls habe ich da mir gestern einen schönen Mohnkuchen mitgenommen. Ich dachte, er wäre schön. Ich dachte, es wäre schöner Mohnkuchen. Und es war wirklich der räudigste Mohnkuchen ever. Ich habe das gar nicht so richtig gesehen, was die mir da eingepackt hat. Und es war halb verbrannt, wahnsinnig trocken. Das Gute war, es war so ein Mohnstriezel. Gibt es nicht so oft. Mit Streuseln und Zuckerguss. Also ich war in freudiger Erwartung. Ich mache zu Hause dieses Kuchenpäckchen auf. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Hat nicht nach Mohn geschmeckt. Hat irgendwie so nach Bäcker im Keller geschmeckt. Ich weiß auch nicht. Also es ist zum Abgewöhnen und wäre vielleicht auch besser so. Denn ihr wisst ja, ihr wisst ja, der Carlo will ein paar Kilo wegschmeißen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich es anstelle. Bohnensalat, ja. Wer in der letzten Folge dabei war und reingehört hat. Also irgendwie, Frau Carlo fährt morgens zur Arbeit. Ich steige irgendwo aus und latsche nach Hause. Also ja, auch gut. So, dies, das. Aber trotzdem, es kommt noch alles noch nicht so richtig zusammen. Ihr wisst, es ist also, es fehlt ja, wir leben in der Informationsgesellschaft. Es fehlt ja nicht an Wissen über, keine Ahnung, Kalorien und was man besser tun und was man besser lassen sollte. Es fehlt an, ich möchte mal sagen, an der Umsetzungsgeschwindigkeit. Das ist das. Und ich muss auch sagen, Beobachtung vom Spazierengehen. Immer wenn ich denke, ich gehe schnell, kommt irgend so eine rüstige 60-Jährige und lässt mich alt aussehen. Muss ich auch dazu sagen. Und dann aus Frust halte ich wieder beim Bäcker an und meine Todesspirale ist perfekt. Ich bin sowieso so ein Langsamgeher. Ich bin sowieso so ein Langsamgeher. Und selbst wenn ich denke, jetzt habe ich schon mal irgendwie ein bisschen reinbeschleunigt. Wirklich, dass mich die Leute mit ihren Rollatoren-Dingern nicht irgendwie überholen, ist wirklich alles. Das ist dieser, die haben so einen Schritt manchmal. Ich war, ich hatte am Wochenende, war ich mit Frau Kahlo, habe ich einen schönen langen Spaziergang gemacht. Wirklich, dann kommt da so irgendeine 60-, 70-Jährige irgendwie mit ihrer Tochter so, was weiß ich, in 40ern oder so oder auch schon eine 50. Dann gehen die mit so einem stechenden Schritt, ganz so rabiat irgendwie, verblasen die uns da auf dem Fußweg und so. Meine Güte, ne. Bu, 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 bu. Ja, was war los diese Woche? Ich kann nur sagen, oder was war los in den letzten, letzten sieben Tagen, seit dem letzten Podcast? Es gibt also wirklich Themen, 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 Themen. Nicht nur Ekelmohnkuchen, nicht nur irgendwelche Mit-60erinnen, die mich auf dem Bürgersteig verblasen. Nein, Leute, es ist, also wirklich, es ist wahnsinnig, es ist ja wahnsinnig, was passiert. Der DFB hat ein neues Auswärtstrikot rausgebracht. Ich finde es ja, ich finde es ja wahnsinnig schön. Ich finde es wahnsinnig schön. Gut, man könnte sagen, ihr kennt den alten Spruch vielleicht, hat der Grafiker nichts drauf, wählt er den Verlauf? Ja, ist klar. Ich finde es genial. Der einzige Skandal an diesem Trikot ist der Verkaufspreis, Klammer auf die Herstellungsbedingungen, Klammer zu. Und ich sage trotzdem, es passt nicht ganz. Es passt nicht ganz. Ich finde es wunderschön, aber es passt nicht ganz. Die Nationalmannschaft hatte immer so ein wunderschönes grünes Auswärtstrikot. Und das hatten sie, meine ich, bei der WM 2018 auch nochmal neu aufgelegt. Da war das so ein bisschen fresher, dieses Grün und so weiter und so fort. Aber mich fragt ja auch keiner und vielleicht ist das auch ganz richtig so. Also ich finde es irgendwie genial. Ich finde, es passt nicht so ganz so rein in dieses DFB-Farbschema. DFB-Logo ist ja auch grün und so, dies, das. Vielleicht müssen die Leute auch einfach mal wieder ein bisschen ihre Brille aufpolieren. Dass sie die Schönheit dieses wunderschönen Trikots erkennen. Auf der anderen Seite, die Leute können die Wahrheit gar nicht vertragen. Und da zähle ich mich ja dazu. Frau Kahlo sagt mir am Wochenende, ja, ich würde mich ja gegen eine Gleitsichtbrille wehren. Gegen Gleitsichtgläser wehren. Auf der anderen Seite, aus dem Augenwinkel, sieht sie auf dem Sofa immer nur, wie mein Arm zur Nase geht. Die Brille runternimmt, wieder hoch, aufsetzt, runternimmt, aufsetzt. Sprich, ich gucke aufs Handy, muss ich Brille abnehmen. Ich gucke auf den Fernseher, muss ich Brille aufsetzen. Denn der Arm, immer hoch, runter, hoch, runter, wäre ja auch eine Art Gleitsichtbrille, die ich hätte. So, das ist nämlich das. Entlarvt, das ist das. Aber ich wollte ja, ich wollte jetzt noch keine Gleitsichtgläser. Jetzt heißen die Dinger ja Wellnessgläser, wahrscheinlich, um sie den Leuten irgendwie besser verkaufen zu können und so. Es ist halt so, mit einer Gleitsichtbrille, da muss ich irgendwie meine ganze Sitzposition am Rechner anpassen. Und meine Kopfhaltung und so. Und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Aber ja, Frau Kalle hat auch irgendwie recht. Gleitsichtbrille eigentlich schon realisiert. Ja, und Stichwort, die Leute können die Wahrheit gar nicht vertragen. Auch so eine Beobachtung von unter der Woche. Die Leute, jeder weiß ja, dass Bielefeld die Heme abbekommt, die Paderborn verdient hätte. Das ist aber nur am Rande. Rande. Leute, es kommt was Großes auf euch zu. Es war ein pickepackevolles Wochenende mit Spaziergängen und Treffen mit Plücke war auch noch dabei. Plücke kennt ihr vielleicht, streamt auf Twitch Solo, streamt mit mir zusammen. Und demnächst machen wir auch noch einen Podcast. Na klar, wie sollte es anders sein? Noch ein Labercast für diese Welt. Und die erste Folge ist schon im Kasten. Wir haben uns draußen hingesetzt. Tolle Location, kleines Setup. Und erste Folge, Thema Angst. Bin natürlich immer ein bisschen unzufrieden. Klar hätte man hier und da noch weiter reingehen können und so weiter. Lasst euch überraschen. Folgt mir gerne rein auf Insta-Threads und so weiter und so fort. Ihr findet den Linktree in der Podcast-Beschreibung. Und dann werdet ihr auf dem Laufenden gehalten, wenn der neue Carlo-Plücke-Podcast draußen ist. Und es war wieder ein sehr schönes Treffen mit dem Plücke. Und wie ich mit Plücke so durch die Gegend fahre und so. Und da hatten wir alles im Kasten. Fahren wir noch so ein bisschen rum, trinken einen Kaffee, quatschen ein bisschen. Dann kommen wir an so großen Werbeplakatwänden vorbei. Landliebeplakate. Sitzt ein Kind vor so einer riesigen Schüssel Pudding. Zwei Kilo Schüssel Pudding. Und bitte, wer soll das glauben? So wie das Kind aussah auf diesem Landliebeplakat. Das wurde mit Obsttellern großgezogen. Und wurde dreimal die Woche zum Turnunterricht in den Verein geschickt. Das sitzt wahrscheinlich nicht ein paar Mal die Woche vor zwei Kilo Stracciatella-Pudding. Naja. Aber es gab auch Erfreuliches. Ich habe fantastische Filme diese Woche geguckt. Und zwar Mondsüchtig mit Cher und Nicolas Cage. Ein toller Film von Overacting an und für sich nichts zu sehen. Cher macht da so eine Wandlung durch. Irgendwie ein bisschen so von einer grauen Maus. Und am Ende ist es irgendwie die totale Bombe. Und es ist eine tolle Familienstory. Und es sind ganz, ganz tolle Locations, wo da gefilmt wird. Weißt du, diese Küchen. Und diese, 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 diese Schlafzimmer. Und wie das alles aussieht. Diese Eingangsbereiche von irgendwelchen Wohnungen und Häusern und so. Und selbst wenn es alles im Studio nachgebaut ist. Es ist einfach fantastisch. Fantastische Settings. Tolles Licht. Das ist irgendwie, das ist alles so. Ich will nicht sagen, der Film ist grobkörnig. Aber es ist einfach, es fühlt sich alles an wie so ein griffiger Stoff. Wo man sich irgendwie, du guckst dazu und du kannst dich da so ein Stück reinfallen lassen. Genial. Dann habe ich mir reingezogen mit Frau Kahle zusammen. Banshees of Inishirin. Banshees of Inishirin war irgendwie so ein Oscar-Ding 2022. Jedenfalls viele Nominierungen. Leider nichts abgeräumt. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das sind so Filme. Da frage ich mich hinterher, warum, warum habe ich die jetzt eigentlich geguckt? Traurig bin ich auch so schon. Da muss ich so zwei irischen Kneipenbrüder nicht noch beim Traurigsein zugucken. Und er war gut, Colin Farrell so in seiner Rolle da. Und auch der Zurückgesetzte, das sind ja so zwei Kumpels. Und der eine macht irgendwie mit dem anderen Schluss. Weil er irgendwie sich auf seine Hobbys oder andere Hobbys konzentrieren will. Wie auch immer. Und ja, man guckt Colin Farrell wahnsinnig gerne zu. Dann dieser andere Schauspieler heißt, glaube ich, Brandon Gleeson. Da denke ich irgendwie, okay, der könnte irgendwie auch noch mal ein bisschen mehr machen. Und nicht immer nur so da sitzen mit den Augen geradeaus. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, wie heißt es im Kino, lass die Kamera die Arbeit machen. Also insofern, 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 insofern passt es schon. Dann noch ein Riesending diese Woche. Berliner Techno ist jetzt immaterielles Kulturerbe. Und wie soll man das eigentlich verstehen? Jetzt reif fürs Museum? Oder was ist jetzt? Ist das Ding jetzt irgendwie auserzählt? Also irgendwie, für mich ist diese ganze Nummer mit diesem immateriellen Weltkulturerbe. Und was gehört da noch dazu? Brot. Obwohl Brot ist ja materiell. Ist das irgendwie noch ein anderes Kulturerbe? Naja gut, also UNICEF hat auch alle Hände voll zu tun. Jedenfalls Berliner Techno ist jetzt immaterielles Weltkulturerbe. Ich weiß nicht. Ich denke mir dann immer so, ich würde sowas nicht anstreben. Ich würde sowas nicht anstreben. Das wäre mir irgendwie, ich meine der Berliner Techno, das war doch auch immer sehr nonkonform. Und irgendwie out of the box und so. Und auf einmal ist das immaterielles Weltkulturerbe. Gut, irgendwie an dem Gedanken steige ich nicht so ganz dran lang. Naja, sei es drum. Dann habe ich mich unter der Woche im Stream ein bisschen aufgeregt. Milchtüten, mein neues Lieblingsthema. Milchtüten jetzt neuerdings ja mit diesem Hartkunststoffverschluss. Und dann gibt es Marken, die dieses kleine Deckelchen auch an so einem kleinen Kunststofffaden festmachen. An diesem Hartkunststoffverschluss. Dieser Ring mit dem Faden, wo dieser Deckel dran ist, das kann schon mal sein, dass bei diesem Hartkunststoffverschluss das Ding immer so rumrotiert um die Öffnung. Und wenn du die Milch in die Tasse kippen willst, kippst du alles über diesen Deckel drüber. Die Älteren werden sich erinnern, früher, Trademark, früher gab es Milchtüten, Tetra Pak, die hast du oben so aufgespreizt, nach hinten gedrückt und dann so ein Günschen, so eine Lippe rausgezogen. Und dann konntest du dir was in die Tasse kippen und dann hast du das wieder zugeklappt und hast es in den Kühlschrank gestellt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass da ständig die Milch irgendwie umgekippt ist. Ich wüsste auch nicht, dass da niemand an seine Milch gekommen wäre. Ja, ich hatte es im Carlos Stream erzählt, ich gebe zu. Manche Tetra Pak mit dieser Klapptechnik, das war ein bisschen sperrig, es ist schon richtig. Ja, dann musste man eine Schere nehmen, dies, das, jenes. Aber das ist doch alles immer noch besser, als da an jeder Milchtüte irgendwie, was weiß ich noch, 15 Gramm Hartplastik zu verbasteln und dann auch noch so einen schrecklichen Befestigungsringfaden dran zu machen, dass man alles über diese Kappe schüttet. Ich weiß, man soll der eigenen Hypnose nicht erliegen. Ich glaube wirklich beim Milchtüten-Business. Da waren wir ja wohl wirklich schon mal ein ganzes Stück weiter. Warum nicht einfach wieder die gute alte Klappmilchtüte zurückbringen in den Laden? Ich wäre dabei. Bis dahin frage ich mich aber, Leute, was mache ich hier eigentlich? Ich bin fertig. Ich bin fertig. Vielen Dank.